Im Personenschutz können Sie als Selbstständiger gutes Geld verdienen. Doch es wartet auch viel Verantwortung auf Sie. Stellen Sie sich Ihren Aufgaben mit www.expertenwissen.eu. In der Sicherheitsbranche ist der Personenschutz die Königsklasse, denn hier werden einem Menschenleben anvertraut. Wer gut arbeitet, kann viel Geld verdienen und eine große Karriere machen. Doch der Weg zum Personenschützer ist nicht ganz so leicht. Es müssen Prüfungen abgelegt, Fort- und Weiterbildung besucht und ständig eine gute Leistung gebracht werden, wenn man möchte, dass die Kunden einen weiterempfehlen. Wo Sie eine solche Ausbildung bekommen und wie genau diese aussieht, lesen Sie in dem Ratgeber Erfolgreich selbstständig als Personenschützer. Dort erfahren Sie außerdem, welche Kosten auf Sie zukommen, wenn Sie diesen Weg der Selbstständigkeit wählen. Der Ratgeber von www.expertenwissen.eu zeigt Ihnen den Weg in die Sicherheitsbranche und hilft Ihnen, ein erfolgreicher Personenschützer zu werden.